Mein Name ist Farah Sieg, ich bin 19 Jahre alt und ich spiele seit dieser Saison, also seit der Saison 2020, 2021 bei den Wildcats und stehe hier im Tor. Ich trage die Nummer 16 und ich bin sowohl im Erstliga- als auch im Drittliga-Kader. Ja, ich freue mich einfach riesig auf die kommenden Spiele, auch die ganzen Monate, die vor mir liegen und ich hoffe, dass es trotz der aktuellen Situation irgendwie möglich und vor allen Dingen verantwortlich ist, das Training als auch die Spiele absolvieren zu dürfen. Genau, und neben dem Handballfeld bin ich Studentin, ich studiere Politikwissenschaft und Soziologie hier in der Uni in Halle und ja, ich habe mich hier super eingelebt, ich freue mich einfach riesig, dass ich den Schritt hierhin gemacht habe und ich möchte euch heute ein bisschen meinen Alltag zeigen und möchte euch ein bisschen mitnehmen, wie mein Tag denn so aussieht. Guten Morgen, ich bin jetzt aufgestanden, habe mich umgezogen und ich mache mir gerade ein Porridge zum Frühstück. Da rein mache ich Granatapfel, Apfel und Banane. Genau, ich schneide das gerade. Hier ein kleiner Einblick und dann gibt es das gleich zum Frühstück. So, ich mache mich gerade auf den Weg zu Physio. Ich laufe gerade zur Bahnstation, weil ich mit der Bahn dorthin fahre und dann habe ich bei der Physio eine halbe Stunde und dann bin ich gleich damit auch schon wieder fertig. Ja, ich habe gerade Mittag gegessen und habe jetzt gleich ein Seminar online von der Uni aus. Ich hatte heute Morgen schon eine Vorlesung online und durch die momentane Situation ist es nun mal so, dass ich die meisten Veranstaltungen von der Uni aus online habe. Die Uni hat als Leitspruch oder momentan als Motto so viel Präsenz wie verantwortlich ist und dadurch, dass die Zahlen halt momentan aktuell leider wieder steigen, ist es nun mal viel online, aber auch das können wir bewältigen. Genau, und ich werde mich jetzt mal zu der Online-Veranstaltung begeben. Ja, neben dem Handball und neben meinem Studentenleben trinke ich unfassbar gerne viel Kaffee und deswegen mache ich mir jetzt einen. Ich habe eine Trägermaschine. Genau, und das ist so ein kleines Ritual von mir. Vor jedem Training trinke ich eigentlich immer einen Kaffee und genau, ich mache mir den gleich mal und dann kann ich euch den mal zeigen. Ja, das ist mein Kaffee und so einen Kaffee trinke ich bei jedem Training. Ja, ich habe mich gerade umgezogen fürs Training. Wir trainieren heute eineinhalb Stunden und ich mache mich jetzt mal auf den Weg zur Halle. Da ich letztens bei der Beach-Handball-Frauen-Nationalmannschaft eingeladen worden bin, wollte ich einfach ein paar Sätze dazu erzählen, da Beach-Handball einfach noch nicht die Reichweite bekommen hat, weil es für den einen oder anderen vielleicht auch noch ziemlich unbekannt ist, da es halt eben noch nicht so repräsentativ im Fernsehen oder eben auch im Internet dargestellt wird. Und genau, deswegen erzähle ich euch dazu jetzt mal ein bisschen und ihr könnt ja einfach mal gespannt sein. Ja, Beach-Handball an sich ist eine ganz andere Belastung, da man beispielsweise auch gar keinen Körperkontakt haben darf. Also, sobald jemand jemanden festmacht, ist das eine Strafe sozusagen und dadurch hat man ganz andere Möglichkeiten, auch Tore zu erzielen. Und ja, es ist ein total dynamischer Sport und auch total anstrengend, wenn man mal dann plötzlich im Sand laufen muss, was am Anfang auch sehr ungewohnt war. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert und auch total interessant und vielleicht interessiert euch das ja auch mal, dann guckt euch das einfach mal an. Ich kann es nur empfehlen, weil es einfach super viel Spaß macht, also zum Spielen selbst, aber auch zum Gucken. Und ja, Beach-Handball sollte auf jeden Fall mehr die Reichweite bekommen, die dieser Sport auch einfach verdient hat. Ja, ich bin gerade vom Training nach Hause gekommen. Wir hatten Abschlusstraining, sprich, wir haben ganz viel in der Halle gegeneinander gespielt. Und jetzt werde ich nur noch Abendessen und dann werde ich mich noch aufs Sofa setzen, bisschen Fernsehen gucken. Genau. Somit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in meinen Alltag und hattet ein bisschen Spaß. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Bleibt gesund und ich bin mir sicher, wir sehen uns das ein oder andere Mal in der Halle. Ciao.